Ah, da bleibt der Oliver stehen, oder ist es der Typ, der für die ganze Zeit vermisst wurde? Morning. Morning. Eigentlich ganz coole Typen, die Ratten. Folgen ja auch nur Waters. Dann nehmen wir uns in den Geheimgang, ne? Irgendwas fehlt noch. Die Schuhe. So. Äh, hier war richtig. Ach, guck mal, dieses rote Ding, das wir aufhaben, oder hatten, ist die gleiche Rüstung, die die haben. Nur in einer Farbe. Wo, wo war das Seil nochmal? Hoch haben wir es bisher noch nicht benutzt. Keine Ahnung, was ist da drüben? Bestimmt hier irgendwo. Wo war denn das? Ach, was weiß ich. Dann laufen wir halt nach oben. Dann, naja, ist ja nicht so weit. Müssen wir uns aber mal merken, wo das ist. Ich weiß, wie lange wir hier noch festsetzen. Und der interessiert sich gar nicht für uns. Das ist auch schön. Na wend. Alright then, I have to enter the dojo and I have found the armor. Ja, hab ich sowieso schon. Ähm, darf ich noch kurz speichern? Irgendwas anderes anziehen. So. Yes. Uns fehlen trotzdem noch die Pässe. Hier muss doch noch ein Pass. Das müssen wir doch noch kriegen. Gibt's hier denn noch irgendwie Loot? Mal oben. Mal oben. Was, 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 was? Welche Klammer? Ja, toll. Oh, das ist ein Schlüssel. Ernsthaft? Manst du hier oder so? Irgendwas, was wir tragen können? Ich glaube, den können wir gar nicht mitnehmen. Doch. Drei Stück. Genau. Ketus, Silas, Foot. Geil. Okay. Okay. Interessant. What is it? Why do you have a mouse figurines in your footlocker? You went through my possessions? These Lutkas aren't yours. Are they yours? Give them to me. They don't belong to you. Now! I think I should go. My Lutkas, I'll not help you until you give them to me. Who did they belong to? They are mine, I promise you. That's all you need to know. Maybe I don't need your help. Okay, we can't do anything further. You know what these figurines mean? You shouldn't have taken them. I'm sorry, you can't trust me. We'll see. Forgive me, I have to go. What is it now? Oh, we have to take the things. I'm not seen. Oh, it goes. How do I look? You look ridiculous. But it'll do. You'd be best to... You'd be head to the west gate. This squad will be assembling soon. Yay! Give this to the sentry. Until you have a chance to slip away. Stay close to the others. You haven't told me what I'm looking for. Catch. The red clips a coin to you. You catch it and feel its weight in your hand. There's a small wooden chest about a foot across full of coins like that one. What does the symbol on the face mean? I don't know. Perhaps some kind of offering or prayer. Listen, I'm trusting you with this mouse. Think I'm a thief? I hope you are some kind of thief. Or you're no use to me. Dwindling heights is a treacherous place. Be careful who you put your trust in. Even you. Aye. And again, what choice do you have? It's a dangerous wall out there for a little mouse. Na gut. Na gut. Okay, we're also not back. Counterweight. In den Korb. In den Korb. Ja. So, zum Westgate. Da haben wir unsere Ohren schlackern hier. Schlackern, schlackern, schlackern. Das wäre ein richtig lustiges Multiplayer-Game, wenn man diese Maps und so hätte und dann welche Wachen wären und welche Gefangene oder so. Das wäre voll lustig. Naja. Ihr bekommt das... Ihr kriegt das... Das ist noch Deutsch. Ich übersetze jetzt direkt frei. Nein. Ihr versteht das Konzept, was ich meine, oder? Hier sind ein paar Wachen. Hier sind ein paar... Befangene. Meistens. Das eine sind Ratten, das andere sind Mäuse oder auch geswitcht, wie man will. Wäre interessant. Was? 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 Was für ein Geräusch? Wo ist denn das eigentlich, das Westgate? Wir haben es doch vorhin gesehen. Was ist das Maingate? Da wollen wir nicht hin. Wo ist das nicht hier rechts gleich? Ja, ich glaube ja. Ich könnte die Orientierung verloren. Hä? Bin ich blöd? Ach, da hinten ist es. Ja, ja. Okay. Jetzt kommt euer Chef hier. Guten Tag. Das war ein Problem, Junge. Hallo. Ich habe gesagt, mehr als jetzt, die gate ist closed. Hier, ich habe orders to join the squad in den Kallagams. All das seems to be in order. Open the gate. Are you sure you want to go? No, coming back. This is the end. Yes. Yes. Oh, Ladescreen? Oh. Ich glaube, wir haben den ersten Part geschafft. Oh nein. Was? Oh. Oh. Jetzt war ich gerade fired up, ey. Oh, was? Na ja, es hat trotzdem Spaß gemacht für den Part. Wir werden es auch weiterspielen, sobald es wieder weiter ist. Och man, ich hätte mir mehr gerechnet. Na gut, aber sehr, sehr geiler Grafikstil. Sehr geil umgesetzt. Von dem, was wir machen sollen. Jedes Item zählt. Alles muss man sich angucken. Alles ist wichtig. Und schön, schon schön. Ja, also wir werden, das ist jetzt noch nicht das Ende. Wir werden das weiterspielen. So viel ist sicher. Wenn es denn mal weitergeht. Wir schauen mal. Vielleicht bald. Hoffentlich. Ich werde mal die Dings durchgucken. Aber es bringt euch nicht, weil ich euch das nicht erzähle. Erstmal. Wahrscheinlich erst, wenn es weitergeht. Guck mal, Koksfick heißt der eine. Aha. Ach, Sackinken. Nein, da ist Sackinken. Sjöberg. Dagasazu. Vigara. Ich habe erst Vigara gelesen. Collington. Kit. LMZ-10. Shadow 84. Den gibt es immer. Es gibt immer irgendeinen Typen, der Shadow heißt. Ken Duncan. Rupert Faller. Najib Zade. Moly... Oh, ich hatte Pilar Molyneux da. Ne, Caitlin Molyneux. Eldeg. Pete Lee. Timmerlodriguez. Wade Thulath Thiel. Xavier Van Obel. Kim Holm. Oh, ich kenne einen Kim Holm. Tatsächlich. Ha. Bert Geens. Björn Darakon Stöbel. Bruno Matze. Eric Quast. Fat Xo. Fenrir. Der große Wolf, also auch. Äh, Ghibli. Ghibli sagt mir auch irgendwas. Karim Shack. Kay Elspass. Kyle Powers. Thirteen. Larissa Jones. Lawrence. Aung G. Lignini. Lignini. Ja, doch, ist richtig. Michael 235. Peter Eibich. Peace of the Universe. Popdog. Shane Mortensen. Spider Surge 1. Star 36. Zuhur Abdo. Gizuke. Jumpy. Arik Kriha. Aashish. Chopra. Asunyach. Avogadro 9000. Bitum. Black Imperator. Tedwin. Callius. Crazy Cyril. Deldim. Damien Caselli. Daniela Spellmayer. Djamek. Aegon Lucic. Millian Rajan. Graham Theogrim. Saunders. Retron 72. Diakora. Joachim Peilberg. John Jolly. Joos Muthos Mahans. Kitzatz. Kitzadies. Kommerz. Ja, Kommerz, das ist ein treibender Faktor dafür. Alter Schwede. Wir sind erst bei O. Nein, P jetzt. Ah, P. Post. Quim. Raptors Revenge. Raptors Revenge, ja, ja. Salios. Scumlander. Bastion Haydn. Bastion Philip. Sean Hayes. Smith Tycho. Spamalop. Okay. Troy Herron. Tyler Durden. Was? Wolf Beyer. Zoe McClatchy. Ist das ernsthaft? Wie viele kommen denn noch? Alter Schwede. Max Großer. Chart 6. Lil Niggel lives. Oh nein, er lebt. Oh Gott. Ich wusste nicht, dass mich diese Nachricht hier erreicht. Agdorf. Agdorf. Mhm. Alice Crosel. Alexander Finden. Alexander Patberg. Alexander. Alter Schwede. Wie viele Leute haben das so unterstützt? Ging das über Kickstarter? Ich weiß das gar nicht. Oder generell über Kickstarter. Oder dann Steam Greenlight oder so. Und dann als Early Access momentan. Irgendwie so wird das gelaufen sein. Na gut, ich lasse das mal durchlaufen. Und ihr bleibt so lang dran, wie ihr wollt. Das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern hier. Also, wir sehen uns im nächsten Spiel. Oder auch in der Fortsetzung. Nein, so schnell kommt ihr nicht raus. Im nächsten Spiel. Bis dahin. Tschüss. Viel Spaß noch beim Lesen. Chronodrugs. Okay. Viel Spaß noch beim Lesen. Und wir sehen uns dann. Tschüss. Und wir sehen uns dann. 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 Vielen Dank. 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 Oh, ich sehe gerade, das ist noch gar nicht vorbei. Was ist das denn? Einfach mal hängen geblieben. Back. Okay, gut. Das war es dann. Bis dahin. Ciao.